Willkommen! Ich bin's! Dorn! Ihr nehmt den Zug nach Gartenorst? Wie wollt ihr die Fahrkarten bekommen? Stimmt eigentlich! Wir werden das schon irgendwie schaffen! Mach keinen Aufstand hier! Ich hab hier etwas für euch! Tada! Ihr habt eure Fahrkarten! Hier bitte! 3 für euch sieht's! Hier, Chef! Und die letzte ist für mich! Nein, sie ist für dich! Das kann ich doch nicht annehmen! Das war doch deine Fahrkarte! Aua, mein Magen! Deine Ausrede für alles! Au! Geht jetzt! Der Zug fährt gleich! Danke! Ton! Wir sehen uns ganz bestimmt wieder! Du musst überleben! Wir werden dann zusammen die Unabhängigkeit feiern! Na, mach dir keine Gedanken! Ich werde mich irgendwo verstecken! Geh jetzt! Moment! Hat er immer noch Bauchschmerz? Oder können wir jetzt mit dem Äpfel weg? Komm! Müsste ich Volkanenspiel versuchen! Na gut! Okay! Dann wollen wir mal los! Dieser Zug fährt über Gartenost nach Doleth! Es ist der letzte Zug! Steigen Sie bitte schnell ein! Der letzte Zug nach Doleth! Einsteigen! Nochmal zur Sicherheit! Im Gartenost aussteigen! Dann durch den Wald im Westen! Dann kommen wir auch bestimmt in Galbadia Garden an! Richtig? Perfekt! Ein Glück, dass unser Chef ein gutes Gedächtnis hat! Der Zug von Timba nach Gartenost! Der Zug von Timba nach Gartenost! Fährt ihn kürzer ab! Wird schon! Aufmachen! 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 Werden! Aufmachen! Aufmachen! Ich sag am besten nichts! Aufmachen! 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 Wir sind bald da! Bleiben wir einfach hier! Du wolltest noch was sagen! Aufmachen! 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 Ja! 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 Ich drücke dir die Daumen! Ich werde das Segeln auch noch lernen und komme mit! Seit sie klein ist, hat sie mir alles nachgemacht! Sie hat auch alles erreicht, was sie wollte! Das wird ja lustig! Okay! Nein! Ich will noch! Nein! 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 Lass mir Ruhe! Nein! Lass mir Ruhe! Oh! Ist das hier? Nichts! Und hier sind die Segelboote! Die Musik ist einfach so geil! Ah! Das hier! Was? Wo bist du? Ja! Uh! 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 Mensch! Alter! Stimm mich nicht! Boah! Alter! Ha! Krass! Okay! Hi! Meinst du nicht, dass die Stadt lauber geworden ist? So wie früher. Hm, das wusste, als ob du den früheren Zustand kennst. Kennt ihr die Typen, die von einem Roboter verfolgt worden sind? Nie was davon gehört. Achso, ist eigentlich auch egal. Wir müssen nur die kaputten Stellen reparieren. Ups. Jetzt alle hier das Kacke. Ich mag nicht das so spielen. Ach, da ist der andere. Ich will es halt nicht riskieren. Aber ich wollte es uns einfach mal sagen. Wir speichern einfach mal ab. Und probieren es. Wir probieren es mal. Toshigang, boah, nee. Aber die ändert sich schon mal, oder? War jetzt auch noch Toshigang, obwohl Toshigang es vielleicht gar nicht so schlecht war. Komm, lass es mal machen. Wir machen mal. Wir machen mal. Da 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 ba da 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 da! W Douglaslat par Na gut. Da glaub ich eh keine Karten gehabt, die wir unbedingt haben wollen würden. Was? Ein weißer Knochen? Was ist das für ein Gekritzel? Warum schwierst du mein Bild immer dann voll, wenn es fast fertig ist? Schluss, aus, finito. Ich brauche Abwechslung. Ich geh zum Strand. Das nächste Mal werde ich dich am Hals kitzeln. Verstanden? Was? Hä? Wie jetzt? Hä? Ok. Na gut. Ich hasse normale Bilder. Der weiße Knochen ist Kunst. Meine Originalität. Ein Künstler braucht schöpferische Ideen. Das meinte doch mein Opa. Oh Gott, das spielt gut. Oh Gott, selten. Nein! Ich hab dich lange. Ja. Mhm, mhm, mhm. Ähm... Mhm. Na gut. Mein weißer Knopf, dieses Motiv kenn ich. Woher kennt er das? Woher kennt er das Motiv? Wow, es sind noch viele Elemente jetzt auf einmal. Wir haben nicht eins davon. Ha, Depo. Eigentlich hätte ich den später benutzen können. Okay. Okay. Ah, ha, mhm. Hm. Hat natürlich gut gemacht, der Junge, ne? Warte. Warte. So. Ach, wir fangen an. Na, super. Dann würde ich fast sagen, wir legen den nach hier unten. 10. Okay. Ähm. Ja. Ja. Warte. Eingewonnen. Da war alle schon. Na gut. Ja, haben wir schon gesehen. Aber was hat es mit dem weißen Knochen auf sich? Hier war doch mal ein Hund. Wo ist er geblieben? Ich muss mal ein bisschen um. Jetzt nicht rein. So lange du überhaupt nicht schätzt ihn. Nein, überhaupt nicht, mein Schatz. Oh Gott. Ich habe gehört, dass hier viele reiche Leute leben, aber... Die reichen jungen Männer sind alle schon vergeben. Was mache ich nun? Kanspiel. Ist er nicht etwas zu jung? Na ja, auch egal. Hey du, sag, wie sehe ich aus? Bist du wirklich eine Frau? Oh, ist das fies. Die machen das. Nicht wahr? Sollte ich es? Vielleicht auch mal bei Älteren versuchen? Oh Gott. Er ist die Kartenqueen. Und hier ist ein... Oh, hier ist was. Ein Alter-Tamer-Maniacs gefunden und gelesen. Ich bin die Kartenqueen. Ich reise um die Welt und überwache die Kartenregeln. Was wollen sie von mir wissen? Nichts. Mit deinem Vater? Mein Vater ist Zeichner in dieser Stadt. Er zeichnet heute noch Sonderkarten. Die Mogi-Kit-Karte habe ich meinem Sohn gegeben. Daraus hat mein Vater die Key-Kiros-Karte gemacht. Sie müsste irgendwo in D-Link-City sein. Oh, cool. Wenn ich eine Sekretokarte hätte, könnte mein Vater daraus eine neue Sonderkarte machen. Okay. Hä? Änder mal die Regeln, wa? Aber dass die Hauptregeln erinnert sie nicht, habe ich das Gefühl. Hey, merkt es auch. Dann bleiben wir lieber bei One, würde ich sagen. Komm. Die Kiros-Karte ist also irgendwo in D-Link-City. Aber wo wohl? Ha, wie geil. Okay, aber wir werden das mal irgendwas anderes einsetzen. Letztendlich ist die gut, ey. Was zur Hölle? Okay, warte. Okay. Okay. Geh wohnen. Äh, du willst also irgendwie gespielt? Ja. Na gut. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Das wäre also auch eine Chance. Warte mal. Ich gucke jetzt mal was anderes. Fünf und sieben hat die. Wie nehmt die hier? Ah ja. Mhm. Ja, okay, wir machen den hierhin. Na gut. Da war so die Card-Queen. Eros-Karte irgendwo in Dealing City. Cool. Wir holen uns erstmal weiter um. Wir laufen erstmal irgendwie voll zickzack hier durch die Straße. Warum nicht? Mit ihm? Gefällt dir mein Wagen? Ich habe ihn neulich gekauft. Will ich wieder heile? Fragt mich aber bitte nicht, warum ich den gekauft habe. Ich springe sonst ins Wasser und bringe mich um. Okay. Auto ist so cool. Mein Freund soll mir so einkaufen. Will ich aber fragen. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Hm. Hm. Ich hab schon gesagt, gehöre ich den ganzen Archer-Soldaten. Wie traurig. Spielen? Okay. Sie hat uns eh gekriegt, von daher. Hm. 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 Na gut. Schweigen. Ach, wer hatte denn Schweigen? Wer hatte Schweigen? Hattest du das? Ender und Shell. Schweigen? Ja. Ja. Ja, schön. Ja. Ein weißer Knochen. Da könnte etwas sein. Ach, nur Portion. Okay. Oh, Hotel. Ja. 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 da hier oben lang ach jetzt zum ausgang okay da gehen wir gleich hin nur angehörte der badetruppen haben hier zutritt aber wir wollen noch mal zum jungen in dem zeichner atelier denn der hat ja jetzt so offensichtlich die mochi kit karte ja schon wieder das glaube ich nicht jedes mal machst du so ein gekritzel das nächste mal werde ich dich am fußkitzeln verstanden was ist denn mit dem er kitzelt den wahl okay das ist hier in der stadt dann ist der hund wohl da oder was ich habe die kitzelangriffe am hals durchgehalten die künstler heutzutage müssen sich auch durchsetzen können alles klar ob wir das schaffen können ich bin unsicher das sind wirklich aber keine weise keine so guten karten die wir da verlieren könnten die wir da dafür hat verloren aber wie gesagt das macht ja nichts wir können es auch mal probieren war jetzt keine so wichtige karte dabei und so kacke wenn wir jetzt eine gute karte verloren hätten ähm wir haben angel drin nein wir haben angel drin oh mein Gott die dürfen nicht verlieren wir dürfen nicht verlieren wir dürfen nicht verlieren ich hab's gewusst ein gut au verdammte kacke Was macht man da jetzt? Wer hat eine Fünf jetzt da links? Wer kann nicht wirklich viel machen? Im Moment. Dies war klar. Wir haben verloren. Okay, das geht ins Cloud, also müssen wir jetzt neu starten. Warte. Wir starten das mal ganz kurz neu. Angel möchte ich ungern verlieren. Komm. Komm jetzt nochmal. Ja, ja, ja. Blöd, die Regeln sind halt grad doof. So, neu gestartet. Naja. Ich finde da diese Elementregel und diese Randomregel, die ist ja kacke. Wenn wir selber wieder aussuchen könnten, dann wäre das was ganz anderes. Aber gut, egal. Wir probieren einfach nochmal unser Glück. Ja, ja. So, wir gucken mal direkt. Achso, ja. Der hatte Karten spielen. Bam. Den müssen wir doch mal anfangen. Sollte er die Karten später erst einsetzen? Hm. Okay. Der hat jetzt da ne... 5 und ne 8. Gut, dann kriegen wir den sowieso nicht. Oha. War jetzt vielleicht nicht so gut gespielt. Hätte ich woanders hinlegen sollen. Ja, konnte ich jetzt nicht sehen. Shit. Bis wir von dem wieder. Das macht nichts. Oha. 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 Das macht nichts. Erstmal wieder. Davon haben wir auch noch genug. So, let's try. Erneut. Ah, man. Wir brauchen aber auch noch was. Oh. Das können wir vielleicht später noch bekommen. Noch Gebrauch renn. Oh, noch was. Aha. Das ist ein 1. Das ist ein 1. Hm? Eine 3. Okay. Aha. Nur wieder unentschieden. Okay. Nochmal probieren. Na, aber damit haben wir doch keine Chance, den Morguecke zu kriegen, Mensch. Was für ein Deck. Ist das nicht das beste Deck? Aber wir tun unser Bestes. Ähm. Ah. Stimmt, der hat doch Morguecke. Der hat uns eh kriegen können. Hm. Oh. Eigentlich wäre der hier gut, aber der hat glaub ich eh kein Ding ins. Was haben wir jetzt zumindest wieder? Ähm. Ähm. Ja, verloren. Nun gut. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Das haben wir noch alle, ne? Sieht gut aus. Gut, let's go. Nochmal. Ist das was für ein Deus? So. Also, er hat auf jeden Fall Morgueicket. Ja. Und man kann auch direkt holen. Würde ich sagen. Man kann ja mal gucken mal. Ich noch mal. Töne. Ich Räuchte auf jeden Fall mindestens ne 4. Den würde ich jetzt hier noch nicht einsetzen. Mh, dann den. Na? Ey, das... Da wollte ich hin. Mit dem hier. Egal. Ähm, der hat jetzt da eine 3. Ich würde fast sagen... Wir legen... Dann ihn schon im Team. Ach, Menno. Menno! Okay. Äh, dadadadadam. Dadadadam, dadadadam. Okay, wenn wir ihn jetzt da rechts hinlegen... ...haben wir auf jeden Fall noch eine 6 an der einen Stelle. Schweingart! Boah, geil! Moggikit zurück. Mehr wollte ich nicht. Cool. Jetzt haben wir unsere Moggikit gerade zurück. Julio! Oh, da ist sie. Ja. Nice. Mehr wollte ich jetzt nicht erreichen. Aber wir können gerade mal gucken. Das muss irgendwo hier gewesen sein, oder so? Oder irgendwo. Aber hier ist doch gar kein Hund. Ist doch gar nicht hier. Wo ist denn der Hund? Nicht da. Na gut, egal. Okay. Schweigen. Ne, er hat noch nichts zu tun. Oh, na gut. Egal. Dann laufen wir mal. Und 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 dann laufen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020